Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft hier auf VOOGAME TV. Und heute der Beginn einer Special-Reihe natürlich. Und zwar bin ich gerade auf Mineplex. Und was habe ich vor? Ihr wisst ja, dass man in der Mineplex-Lobby, so ich schalte mal um, so jetzt einmal im Kreis laufen kann, wenn man das möchte. Und ich dachte mir, das machst du einfach mal. Ähm, Mineplex hat ja viele Modi und ich dachte mir, fängst du einfach mal mit den Minced Arcades an. So, jetzt hoffe ich, dass ich dir jeden Tag bringen kann. Also ich versuche das tatsächlich. Und ich möchte einfach mal alle durchprobieren. Also ich gehe einfach mal der Reihe nach. Heute in der Folge Sheep Crest, morgen Micro Battle, dann Snake, Death Tag und so weiter. Es wird einfach von jedem mal eine Folge kommen. Und ich werde einfach mal antesten. Ich werde vorher die Spiele... Ich weiß nicht, ob ich mich informiere, ob ich mal gucke. Ich werde sehen. Also Sheep Crest habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich werde das jetzt einfach mal antesten. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Und dann werden wir mal sehen, ob das Spiel für mich dabei sind. Und los! Ich bin ganz ehrlich, ich kenne jetzt auch die Regeln nicht. Ich werde mich... Return Sheep to your team... Most Sheep... Ah, okay. Also wir müssen die Schäfin hier... Ah, okay. Wir müssen die kleinen Schäfin holen. Der Ficker, geht weg. Fuck! Es leckt. es kann doch nicht sein meine internet leitung ist es tatsächlich nicht wo da haben wir kann doch nicht sein ich will mich da verarschen es leckt so heftig ich weiß einfach nicht warum kommen die weg jo ich habe ihn da habe ich habe noch ein schäfchen wir haben noch ein schäfchen leider wärme ein schäfchen können unsere schäfchen klauen ich hoffe doch nicht okay offenbar geht das nicht so aber wie hat team red eigentlich so viele schäfchen gekriegt wir wollen die ganze zeit da haben aufgepasst ja ich auch mein freund macht ja da haben wir ins gesicht man ins gesicht und was machst du da oben klubs hackt verpiss dich ja na sicherlich alles klar alles klar mein freund alles klar nein das ein schaf nein komm schon nein hey was wollen das jawoll ich hasse leute mich hier über 1 gehen aus prinzip ihr seid nicht hier ja der schießt auf mich mutti das tut wie lass du mal auf du penner bäm da haben wir ihn auch down alter da haben wir ihn down den arsch lass mich ruhe ich muss regenerieren so und da kommt gleich das nächste schaf hoffe ich ein bisschen leben habe ich ja noch gehst du weg du arsch der schaf ich hoffe nicht nein ich muss mich verarschen nein come on come on come on unter will sprung yo 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 ihr könnt uns alle mal die popperze lecken einer das sind unsere schafe die weg da die weg da wollen uns alle abpacken und schnell weg schnell weg schnell weg bloß schnell weg schnell weg wo ich werde jetzt einfach mal rot abpacken gehen hoffe ich eine minute noch warum dies schon sieben schafft die penner einfach mal reingekloppt immer fröhlich reiner in die menge habe ich jetzt erwischt ich glaube schon ich habe ein schaf getötet alles klar alles kannst dich mal schön verpissen mein freund haben wir da und haben wir da und leider ich bin voll der überprofi kaputt ist ich was will der denn come on yo come on nein 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 ich bin so blöd ich bin so blöd hey wir sagen wo droht denn jetzt sehen alter war wir haben verloren ist da los das ist jetzt aber traurig wir gehen aber zu einer anderen lobby so da war die erste runde schon vorbei jetzt weiß ich auch worum es geht das gute ist wenn die leute bei mir legen leg ich auch bei ihnen ist immerhin fair so aber meiner internetverbindung kann es nicht liegen eigentlich was mich auch ein bisschen an kurz man kann sich sein ping ja nicht anzeigen lassen ping pong global ping war es falsch also ich glaube bei hypixel geht das bin ich mir aber gerade unsicher so egal also neue lobby neues glück würde ich sagen es gibt archer und blut ok 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 berserker jump doch hier das kenne ich ja schon so also rotes team wo die musik fragt mich gerade ab einer die ist nicht so cool ich muss mal gucken habe ich da noch was hübsches paintball paintball gun hört sich doch gut an die stehen alle nur rum hallo na du you joined red team ok also wir sind rot heute intended was heißt heute diese runde Oh, ich denke, bei zwei Runden wird es dann auch bleiben, also das ist halt nicht so langwärtig. Ich will jetzt keine 20 Minuten Folgen hier machen, sondern ich will einfach mal die Games austesten. Einfach mal frisch rein und mal gucken, was da so geht. So, mal gucken, das Fenster aufmachen. Oh, langsam warm hier drin. Yo, das macht Spaß, Alter. Das macht Spaß. Yo, 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 yo. Ich bin ein Gärtner. Ich bin ein Gärtner. Ich töte Leute. Ach nee, der Butler war es doch, oder? War es der Gärtner? Ich bin mir unsicher. What? Wo bin ich hier? In der Marste Welt, habe ich das Gefühl. Hey, Teammates, hallo. Oh, na ja. Ach, hier ist unsere Plattform. Haben die schon die ersten Schafe. Unfassbar. Ich werde mich erstmal mit Leuten killen zufrieden. Alter. Ja, na sicher oder auch. Sicher leckt das auf einmal so. Was heißt auf einmal, aber schon wieder alt. Wow. Also die Leute mit Kids, da kannst du immer von ausgehen, die spielen das öfter. Das heißt, kannst du dich gleich mal vorbuddeln gehen. Wow. Ja, man doch. Also. Come on. Yo. Du kannst dich mal verpissen, hier. Kleiner Schmuck, alter. Boah, was machen die denn alle bei uns? Können die sich mal verpissen? Alter. Bleibst du hier mit den Schafen? Bitte verarschen, alter. Yo. Ja, na klar. Natürlich auf mich, die Spacken, alter. Na klar. Na sicher doch. Immer alle Feste drauf. Fickt mir hin alle Löchter, ihr Huren. Entschuldigt bitte, aber. Ja, na sicher hast du noch einen Bogen, Mann. Sicherlich. Weißt du was? Nein. Ich bin doch verarschen. Oh, ich kill die ganzen Leute, aber. Oh, Leute. Das ist doch behindert. Wo ist denn eigentlich mein Team? Mein Team gibt's nicht mehr. Stark. Yo. Mein ganzes Team hat sie einfach verabschiedet. Naja. Dann geh ich halt noch ein bisschen Leute abfucken. Ist mir jetzt auch rumpe. Wann nämlich mal gerne haben. Hat sich mein Team einfach in Luft aufgelöst. Yo, 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 yo. ins Gesicht, mein Freund. Jetzt warte ich, bis der Spacko wieder... respawned. Nein! Hat mich... durchschaut. Ja, natürlich. Und wie die mir gibt... sicher doch. Ich will doch nur in Ruhe Leute abfucken. Meine gewinnt gar nicht, das alleine eh nicht. Das hab ich schon... äh... eingesehen. Ja, na, sicher doch. Na, Siggi! Pisst ihr euch mal? Komm, ich geh jetzt zu grün. Einfach, weil ich's können. Bam, 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 bam. Schafe kaputt, Schafe kaputt machen, Mann. Schafe kaputt machen. Haben sie mich? Na gut. Dann halt nicht. Hm. Ach, Mann. Vor allem von den anderen Teams blau sind auch zwei. Na, super. Komm, Grün kann ruhig gewinnen. Das juckt mich jetzt den Scheiß grad. Alter. Oh, Lecks sind einfach nicht lustig. Was ist denn los mit dir? Na, komm. Jo. Hä? Oh. Ja, gut, dass das Hofer nicht schlägt. Das ist okay. Ich meine, es wäre fürchterlich, wenn das Hofer legen würde. Dann muss ich meine Aussage vom Anfang noch revidieren. Also, ich denke, am Sonntag wird wohl das nächste Video kommen. Jo. Weißt du, ich mach einfach nichts Produktives. Ich facke nur Leute ab. Oh, ja, Leute. Oh, das war ja sehr unerfreulich. Ja, ja. Trotzdem danke ich natürlich fürs Zuschauen, auch wenn mein Team mich einfach verlassen hat. Die Spacken, Alter. Und würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Fall vom Minecraft-Special mit Mixed Arcade Games. Und dann geht's. Und dann geht's. Ja.